Zero Build, Null Bauen, Ranked, Solo. Das, was diese jungen Hüpfer da mit ihren 15 Jahren mit ihren Fingern machen, das kann ich an der Tastatur zumindest nicht. Hä, Busfahrer, Kalle ist doch genau dein Spiel, oder nicht? Die haben hier wieder alles umgebaut, ne? Versuch mal, da hinten irgendwo hinzukommen. Ich hab nichts gegen Fortnite. Ich hab was gegen dieses Bauen. Dieses Bauen ist für mich einfach zu crazy in dem Game. Ich kann das einfach nicht. Und ich will das auch nicht lernen. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich finde das krass, wenn Leute das können. Also, das werde ich in meinem Leben nicht mehr schaffen. Wie komme ich nach oben? Wo ist hier die Treppe? Sollen sie sich jetzt eine Treppe bauen können? Und das wäre es natürlich, ne? Was ist das, Flauberry-Sprudel? Aber jetzt hätte ich meine Teammates damit einspringen können, so nach dem Motto, oder? Du kannst ja nicht durchschießen. Wichtig. So, war da irgendwas geiles bei, hier? Waffentechnisch? Scharfschützengewehr. Man kann jetzt die Waffen auf Modifikaten, ne? Das war ein Bot. Im Rank gibt's kein Bot. Habt ihr doch was gehört? Jetzt habe ich zwei Maschinenpisten und das ist ein bisschen wack. Wollen wir damit fahren? Komm ich heraus. Ja, ich muss sogar... Das sind keine Bots. Nein, 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 nein. Die sind einfach noch nicht so gut wie ich. Ich bin einfach krass. Da ist einer. Hier. Alter, die Kugel braucht ganz schön lange zum Flattern, Alter. Ich muss sagen, das Movement sieht schon nice aus. Es macht schon richtig Spaß, hier so rumzuspringen. Ich gebe wirklich alles. Boah, was ein geiler Schlick. Happy Bobby is not so happy anymore. Ah, Schlümpfe. Oh, Rage. Schlotten. Äh, Schlotflinte, Digga. Hier, wo fahren wir jetzt hin? Ich muss... Das Leben nur noch neun Leute. Ich habe halt auch nicht mehr so diese 15-jährige Energy, ne? Dass ich die ganze Zeit übelzhypt bin. Das kann ich nicht. Wir gehen jetzt hier auf dem Berg. Ich gehe jetzt hier rauf. Auf den Berg. Gehe ich jetzt rauf. Ich gehe jetzt auf diesen Berg rauf. Okay, dann gucken wir, ob irgendwo Gegner sind. Hier oben gucken wir jetzt erstmal. Oh, da ist einer durch den Riss. Okay. Jetzt wissen wir schon mal. Dahinten ist einer. Ich kann die Stelle nicht markieren. Doch, da. Da muss einer sein. Ich bin jetzt auf dem Berg. Leute, hype in den Chat. Bin ich auch so fühlt wie ich, dass ich gerade auf dem Berg bin. Nice, nice. Nice. Okay, nice. Wir sind hier oben. Wir sind jetzt auf dem Berg. Habe ich ja gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ich gehe auf den Berg. Ich gehe jetzt rauf. Ich gehe jetzt auf dem Berg rauf. Alright, alright, alright. Alter, wir sind ganz oben auf dem Berg. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir es hier hoch geschafft haben. Top 7. Wir sind in den Top 7, Chat. Unter den Top 7 sind wir. Macht lieber ruhig. Oh, da ist einer. Den holen wir uns, Leute. Chat. Chat, den holen wir uns. Oh, Chat. Chat. Chat, boom. Let's go. Chat. One tap. Wir sind in den Top 5. Wir haben High Ground. Ihr wisst ja, Fortnite ist High Ground Main. Deswegen sind wir auf dem Berg. Wir bleiben hier. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin, Chat. Nein, nein. Im Rank gibt es keinen Bots. Nein, nein. Das sind keine Bots. Im Rank gibt es keine Bots. Nein. Ich bin Silber, Leute. Ich bin Silber. Ich bin ganz am unteren Ende der Nahrungskette. Du hast nichts Geiles, Leute. Es lohnt sich gar nicht, an deine Leiche zu gehen. Hey, Top 5, Top 5, Top 5 hier oben auf dem Berg. Oha, die Zunge wird kleiner. Oh, wir müssen uns bewegen. Die Zunge wird kleiner. Der Sturm kommt. Alter, guck mal, ob ich am Sliden bin, ne? Wie? Ihr in meine DMs. Oh, wir hören hier was. Chat, wir hören hier was. Chat. Chat, wir hören. Chat, pass auf. Ich finde Leute so anstrengend, die so reden, ne? Ich finde das so anstrengend. Wie kann das denn irgendjemand feiern? Oh, ja. Pass auf. Jetzt Sniper. Ohne hingucken. Ohne hingucken. Boom, let's go. Oh. Let's go. Wie sind die so voll sauer auf mich? Du bist aber wirklich ein Bitsd, oder? Also, es ist aber auch Block. Ich hatte schon eine Legion. so was ist jetzt besser die eisenkrieger hammer die haben wir sind drin meine fertig Let's go! Das war kein Bot, Digga! Levelaufstieg, Digga. Alarm! Was hat die denn? Was hat die denn in deiner Hand? Ich will wieder gegen Bot spielen, das war irgendwie cool. Alter, Tor hat mich gespeamsniped! Wieso hatte der schon eine Waffe? Ja, das fehlt nicht. Noch eine. Ab wann kriegt man denn Elo-Punkte dazu? Also ab wann steigt man auf? Fehlt es in Platzierung. Na gut, ich weiß nicht, also mir macht das schon Spaß. So ab und zu mal da so ein, zwei Stündchen. Ich habe, wie gesagt, mir das mit dem Bauern, das ist nichts für mich. Ich denke, bevor du kommst, kommst du auf so eine Party, denkst du, wurdest du vom Kumpel eingeladen? Und dann siehst du die Jungs da stehen, da fährt einer mit so einem Ding durch die Gegend. Er macht da irgendeine andere Scheiße, Digga. Guck dir das an! So, let's go! Ich bin am Anfang so einer Runde, bin ich immer sehr schwach. Ich habe mit so Shit-Waffen nicht umgehen können und so. Wir fahren direkt weg. Hey, wo bist du hin? Was? Hey, der ist einfach... Seilmaschinen bist du, okay, wir brauchen noch einen Schrott. Kann ich hier kaufen? Ich brauche Gold. Oh. Let's go! Oh, hier kann ich nochmal einen kaufen. Schon teuer, oder? Aber egal. Wir wollen ja auch Victory, oder? Level-Aufstieg! Nice! Level 45, Alter. Ist das geil? Wir machen hier. Let's go! Let's go! Nein, nein, nein! Oh, nein! Also, mir macht das Spaß. Ich glaube, ich werde das die Tage nochmal machen. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!